Servus, ich bin der Thomas von der Firma BH und wir sind heute im Wald unterwegs mit unserer Forstmaschine BH-Trailer T1100 mit unserem 77-70er Kran. Sehr kompakt in Ausmaß und trotzdem sehr viel Lalevolumen und sehr viel Hubleistung. Das ist das, was den BH-Rückgewogen eigentlich auszeichnet. Wir können da 2,8 Quadratmeter Flächenvolumen laden und Kranreihe heute haben oder 7,7 Meter und wir heben auf der Kranspitze noch immer 700 Kilo. Eigene Ölversorgung mit einem sehr großen Hydraulikaushalt, damit wir eben einen stabilen Temperaturölhaushalt haben. Wir haben eine sehr kompakte Rahmenbauweise. Wir fertigen aus Feinkornstellen, dadurch haben wir ein relativ geringes Eigengewicht, schöne Schlauchführung bis in die Kranspitze, durchverlegt zweifach gebremst in einer Pendelbremse mit einem großen Greifer, der geht schon 1,60 Meter auf. Lenkteichselkonzept haben wir auch ein sehr innovatives. Das heißt, wir haben unseren Anlenkpunkt der Lenkteichsel nicht da vorne montiert, wie man es vielleicht von den meisten kennt, sondern wir haben den Anlenkpunkt hinter dem Prollgitter. Dadurch erreichen wir mit weniger Lenkeinschlag eigentlich trotzdem einen sehr großen Lenkeinschlag der Räder. Das heißt, der Wagen ist im Walz sehr, sehr wendig. Steuerblöcke, Steuerungsvarianten sind alle möglich. Also in dieser Variante eben die Drehkreuzhübelsteuerung oder mit Run-Off oder hydraulisch vorgesteuert oder Traktorbedienung, Funksteuerung, es ist alles möglich.